Stell dir vor, du könntest über 24.000 Euro ganz einfach mit Apps verdienen. Das ist kein Clickbait, sondern ich zeige meine echten Einnahmen. Du lernst in diesem Video die besten Geld-Apps dieses Jahres kennen, sodass du egal wann, egal wo, ganz bequem von deinem Handy aus Online-Geld verdienen kannst. Und du kriegst sogar zusätzliche Hacks und Goodies von mir, sodass du sogar Startkapital bekommst, um sofort Lust zu legen. Hallo, hier der Steve von Geniale Geld Ideen. Ich wollte von euch wissen, welche Videos ihr in Zukunft auf meinem Kanal sehen wollt und ein Großteil von euch möchte Apps zum Geld verdienen kennenlernen. Also lasse ich mich nicht lumpen und zeige dir meine echten Einnahmen mit den für mich 5 besten Apps dieses Jahres. 24.400 Euro konnte ich damit bereits machen. Und ich zeige dir in App Nummer 1, wie ich bisher 145 Euro komplett passiv und überhaupt etwas zu tun generieren konnte und du kannst das auch. In der App Nummer 2 verrate ich dir, wie du garantiert 200 Euro mit vielleicht einem Arbeitsaufwand von knapp 30 bis 45 Minuten generieren kannst. In der App Nummer 3 verrate ich dir, wie du 21 Euro in einer halben Stunde erhalten kannst. Und in App Nummer 4, wie ich es geschafft habe, nur mit Umfragen bisher über 1.100 Euro einzunehmen. Und last but not least, wenn du bis zum Schluss dran bleibst, dann erkläre ich dir, wie meine beste Geld App aussieht, mit der ich bereits über 23.000 Euro Gewinn verzeichnen konnte. Es klingt verrückt, aber es sind meine echten Einnahmen und du erfährst ganz genau, wie du das auch schaffen kannst. Wenn du das cool findest, dann lass mir doch gerne fix ein Like für dieses Video da, vielleicht sogar auch ein Abo, wenn du den Kanal noch nicht abonniert haben solltest. Und wenn du dann rechts oben auf die Glocke klickst und alle Benachrichtigungen aktivierst, dann kriegst du automatisch eine Info, wenn es hierbei geniale Geldideen, neue geniale Geldideen zum smarten Investieren und zum Online-Geldverdienen gibt. Und jetzt legen wir los mit App Nummer 1. App Nummer 1 ist Honeygain. Honeygain ist eine Möglichkeit, mit der du quasi deine Internetverbindung mit anderen Unternehmen teilen kannst. Du kannst das Ganze als App runterladen für Mac oder auch für Android beispielsweise. Du kannst es aber auch am Computer nutzen. Und letztendlich brauchst du nichts anderes als eine Internetverbindung. Es sollte eine Flatrate sein, damit du eben nichts zusätzlich bezahlen musst. Und ein Teil deiner Bandbreite wird sozusagen, ohne dass du dir Sorgen um Datenschutz etc. machen musst, weil das alles ganz, ganz sicher aufgesetzt ist, von anderen Unternehmen verwendet, um eben im Ausland Studien durchzuführen, die sie normalerweise von ihrem Land aus eben nicht machen könnten. Und das Einzige, was du tun musst, ist nur deinen Rechner oder dein Gerät dafür freizuschalten und diese App zu installieren. Und je nachdem, wie viel Traffic du eben hier machst und mit wie vielen Geräten du agierst, kannst du so im Monat zwischen 10 und 20 Euro bzw. in diesem Fall Dollar verdienen. Das heißt, das sind so ungefähr die Einnahmen, die du hier anpassen kannst, je nachdem, wie viele Geräte und wie viel Übermittlung du eben nutzt. Wenn du das Ganze genutzt hast und dich angemeldet hast, dann kommst du in das Dashboard und du siehst, ich habe momentan hier 147.000 Credits. 1.000 Credits sind 1 Euro bzw. 1 Dollar. Das heißt also, ich habe jetzt aktuell die Möglichkeit, 147 Dollar auszahlen zu lassen, ganz bequem per PayPal. Und da habe ich nichts für getan, außer meine Bandbreite einfach zu teilen und zum Beispiel sogenannte Lucky Pots, die du jeden Tag hier haben kannst, entsprechend nochmal zu öffnen. Das funktioniert, indem du einfach jeden Tag in deinen Account reinschaust, auf Lucky Pot Open klickst und dann kriegst du zwischen 5 und teilweise 50.000 Credits gutgeschrieben. In diesem Fall sind es 10 Credits, die jetzt automatisch hier auf meinen Account hinzugefügt wurden. Außerdem habe ich natürlich selbst heute schon entsprechend über 197 Megabyte von meiner Bandbreite geteilt. Das Tolle ist, wenn du loslegen möchtest und mitmachen möchtest mit Honeygain, dann klicke einfach unten auf die Videobeschreibung, auf den entsprechenden Link. Da habe ich dir einen Bonus-Code hinterlegt. Wenn du den verwendest, dich über meinen Link anmeldest, dann bekommst du sogar 5 Dollar Startkapital. Ganz einfach so, um es auszuprobieren und direkt loszulegen. Ab 25 Dollar kannst du auszahlen und du siehst, es funktioniert. Tatsächlich. Das gilt übrigens für alle Apps, die du heute kennenlernen wirst. Ich nutze sie alle selbst aktiv. Ich weiß, dass sie funktionieren. Ich weiß, dass sie sicher und sauber auszahlen und dass du wirklich so viel Geld damit verdienen kannst. Genauso wie mit App Nummer 2. Damit kannst du allerdings nur einmalig 200 Euro verdienen, indem du die App ganz einfach beantragst, runterlädst und Schritt für Schritt das machst, was du dort entsprechend kennenlernst. Ich blende nochmal ganz kurz meine Einnahmen ein, meine 200 Euro, die ich damals generiert habe. Seitdem nutze ich das ganze Bewerbe als Affiliate, um Menschen dafür zu begeistern, diese Möglichkeit zu nutzen. Und du siehst hier, mehr als 10 Millionen Euro haben die Mitspieler mit dieser Methode, mit dieser App schon verdient. Mehr als 54.000 Teilnehmer gab es. Und bei Trustpilot sind die Bewertungen durchschnittlich bei 4,7 Prozent. Also da kannst du nichts mit falsch machen. Worum geht es? Es geht um Robert Hood. Das heißt, du wirst Spielleiter einer Tippgemeinschaft. Keine Sorge, du musst keinen einzigen Cent investieren dafür. Es ist viel, viel einfacher. Du bist also nur auf dem Papier sozusagen derjenige, der ein Spielleiterkonto eröffnet. Andere Menschen zahlen Geld ein. Wieder andere in dieser Tippgemeinschaft setzen Sportwetten ab, zum Beispiel auf den Ausgang von Fußballspielen, sogenannte abgestimmte Sportwetten, sodass du nicht verlieren kannst. Wie genau das funktioniert, das erfährst du alles, wenn du unten auf den Link in der Videobeschreibung zu Robert Hood klickst und dir kostenlos deine ersten 200 Euro sicherst. Dafür gehst du einfach auf die Webseite, klickst auf App anfordern, erhältst dann eine Mail. Über diese Mail lädst du dir die App herunter, gehst Schritt für Schritt dann durch und erhältst einen festen Gewinnanteil von mindestens 200 Euro. Die ersten 50 Euro erhältst du in der Regel schon nach wenigen Tagen. Den Rest, wenn alle Tipps durchgespielt sind, das kann dann so drei bis vier Wochen mal dauern, aber innerhalb von drei bis vier Wochen komplett kostenlos 200 Euro zu erhalten, das ist tatsächlich selten. Mit dieser App ist es möglich. Ich kann sie nur wärmstens dir empfehlen. Wenn du mindestens 18 Jahre alt bist und in Deutschland oder Österreich lebst, momentan keine Pfändung bei dir vorliegt und du bestätigst, dass du wirklich nichts bezahlst, nichts investierst und dann deine 200 Euro erhältst, wenn du ein bisschen mehr Zeit und aktiv mitmachst, investierst, dann kannst du sogar mehr als 200 Euro mit Robert Hood erhalten. Link dazu gibt es auch in der Videobeschreibung. Mit App Nummer drei habe ich es geschafft, innerhalb von etwa 30 Minuten Aufwand bisher über 21 Euro zu generieren. Die kann ich mir ganz bequem als Amazon-Gutschein momentan auszahlen lassen. Das ist die App Simenio. Simenio ist eine Rezensions-App. Die findest du ebenfalls im App Store oder im Google Play Store. Und die Idee ist, dass du ganz einfach ein Urteil über Produkte des täglichen Lebens, über Computer, Spiele, Haushaltsartikel, Kosmetika, Medikamente, alles Mögliche einfach abgibst. Das heißt, du musst lediglich schauen in einem Katalog aus mehreren tausend Produkten. Gibt es irgendetwas davon, das du zu Hause hast? Dann musst du ein Foto davon machen und hochladen und einfach einen Text dazu schreiben, was findest du gut, was findest du schlecht an diesem Produkt. Und dafür bekommst du eine ganze Menge Geld. Aktuell ist es so, dass du für eine ehrliche Produktmeldung und Produktmeinung ganz einfach so zwischen zwei Euro und mehr als sieben Euro gutgeschrieben bekommst, je nachdem, worum es geht. Ich blende dir hier mal eben meine Einnahmen ein, die ich bereits habe auszahlen lassen. Ich habe, ich glaube, sieben Rezensionen gemacht. Du brauchst etwa so drei, vier, fünf Minuten für so eine Rezension, für so eine Besprechung eines Produktes. Das sind alles Produkte, die ich hatte. Musste keinen Cent dafür bezahlen. Das heißt, in Aufwandssumme sind das vielleicht eine halbe Stunde Arbeit gewesen. Und dafür habe ich über 21 Euro bekommen, die ich mir hier, wie du siehst, schon als Amazon-Gutschein habe auszahlen lassen. Also sehr seriös, eine deutsche App, relativ frisch am Markt dieses Unternehmen. Und teilweise kannst du sogar hier bis zu 15 Euro pro einzelner Produktmeinung erhalten. Simenio ist die App, probier es einfach aus. Einen Link findest du unten in der Videobeschreibung. Und ganz wichtig, das ist kein Affiliate-Link. Ich kriege keinen Cent dafür, wenn ich diese App vorstelle. Ich mache es einfach so, weil sie wirklich funktioniert. Momentan eine der besten Apps des Jahres ist und sicher und zuverlässig dir Geld generieren kann. Mit wenig Aufwand, eine ganze Menge. Ein bisschen länger arbeiten musst du, um mit Umfragen Geld zu verdienen. Aber auch da gibt es eine sehr, sehr gute Möglichkeit, die ich aktiv nutze. Es gibt unheimlich viele Umfrage-Apps. Die meisten geben dir kaum Geld. Hier ist es ein bisschen anders. Die App Atapol, das heißt, du lädst das Ganze kostenlos herunter, musst dann eine Umfrage durchführen, indem du einfach Fragen durchklickst, die aus aller Welt kommen können. Sie sind außerdem in der Regel in deutscher Sprache. Auch das ist bei nicht allen Apps der Fall. Du kannst das Ganze dann bequem per PayPal auszahlen lassen. Das habe ich schon mehrfach gemacht. Und du kannst, und das ist das Coole daran, auch das Ganze einem Freund oder einer Freundin empfehlen und kriegst dann nochmal 20 Cent für jeden Menschen, den du empfiehlst. Ich blende dir auch hier einmal meine aktuellen Einnahmen ein. Ich habe bisher hier über 1.000 Euro einnehmen können mit dieser App. Ich nutze sie schon mehrere Jahre und kann hier wirklich nichts Negatives drüber sagen. Gibt es für den App Store und den Google Play Store, also für beide Betriebssysteme. Ganz einfach draufklicken und nutzen. Und wenn du über den Link in der Videobeschreibung zu Atapol gehst, dann kriegst du von mir als kleines Goodie, weil ich wirklich diese App empfehlen kann. Und sie funktioniert. Nochmal ein Startkapital von 40 Cent, sodass du direkt loslegen kannst und ein bisschen motivierter bist. Und last but not least, die für mich beste App, mit der ich ganz bequem am Handy, ohne das Sofa zu verlassen, jederzeit wann immer ich will, agieren kann und bisher nur durch eigene Arbeit hier über 23.000 Euro Gewinn registrieren konnte. Hier ist der Beweis. Genauer genommen sind es aktuell, Stand heute 23.793 Euro und 4 Cent, die ich in dem vergangenen Jahr einnehmen konnte. Und du siehst hier, es scheint wohl um Trading, um die Börse zu gehen. Und da bist du völlig richtig. Und du siehst wirklich, so viel Geld kann man verdienen. Das ist das, was ich selbst nur an Gewinn bisher realisiert habe mit dieser App. Und die App heißt Naga. Du kannst das Ganze ganz einfach für dein Betriebssystem runterladen und kannst dann entweder selber traden oder, und das ist das, was ich empfehle, eine Autocopy-Methode verwenden, in dem du meine Trades, das, was ich tue, ganz einfach kopierst und dann eins zu eins auch meine Gewinne erhalten kannst. Wie funktioniert das? Wenn du nämlich bei unserem Community-Projekt mitmachst, in dem du Copy Trading betreibst, das heißt, ich trade für dich und du machst nichts anderes, als auf einen Knopf zu drücken und kopierst eins zu eins genau die Trades, die ich auf dieser Plattform mache, egal ob du Ahnung von der Börse hast oder nicht, musst dich im Grunde um kaum etwas kümmern und hast dann die Möglichkeit, zumindest was in den vergangenen Monaten, so durchschnittlich um die 3.000 Euro komplett passiv zu verdienen, ohne dass du großartig etwas dafür tun musst. Wichtiger Hinweis, natürlich ist es so, dass du bei so einer Plattform auch Geld verlieren kannst. Das birgt ein hohes Risiko. Das ist nun mal an der Börse so, aber wenn du dir dessen bewusst bist, dann kannst du hier auch natürlich die Möglichkeit, richtig viel Geld zu verdienen, indem du mir ganz einfach folgst. Das ist eine seriöse Plattform namens Naga, Mitglied der Naga Group, an der Börse orientiert bzw. notiert, und zwar an der Frankfurter Börse, hervorragende Trustpilot-Bewertungen, mittlerweile acht Jahre lang am Markt. Also hier kannst du auf keinen Fall etwas falsch machen. Wenn du loslegen möchtest, klick einfach unten auf den Link in der Videobeschreibung. Da findest du alle Details rund um unser Community-Projekt. Und wenn wir uns hier direkt auf der Plattform einmal angucken, wie nachhaltig so ein Projekt sein kann, dann siehst du hier, wenn man auf den Gewinn der Kopierer schaut, also auf den Gewinn eurer kopierten Trades auf die letzten zwölf Monate bezogen. Ich mache das also schon sehr, sehr lange. Dann seht ihr, dass ich hier unangefochten auf Platz 1 bin mit fast zwei Millionen Gewinn für euch, die ich generiert habe. Wenn du also dabei sein möchtest und einen Batzen davon abhaben willst, dann logge dich gerne unten ein, registriere dich komplett kostenlos, um dann hinterher ein bisschen Geld einzuzahlen und mir zu folgen. Und damit du es auch glaubst, dass diese Trades hier wirklich gut ausgehen, siehst du, das sind so hier meine durchschnittlichen Positionsgrößen zwischen 9 und 11 Euro Gewinn, wenn diese Trades positiv geschlossen werden. Und im Mai vom 1. bis zum 31. Mai habe ich halt einen Gewinn von 3.432 Euro dort generieren können. Ihr hättet das zu 100% kopieren können, abzüglich 99 Cent Kopiergebühr wärt ihr also bei diesen 303 Trades immer noch über 3.000 Euro im Plus gewesen. Wenn wir uns das im Juni angucken, waren es 3.600 Euro. Oder sogar ein bisschen weiter zurück im Februar, da waren es etwas weniger, nur 2.800. Und im März 3.264 Euro. Also du siehst, es ist ein langfristiges, nachhaltiges Geschäftsmodell, bei dem du ohne großartige Vorerfahrung einfach nur durch Kopieren Geld verdienen kannst. Wenn du da Spaß daran hast, mach auch mit bei der Autocopy-Methode. Wie genau das funktioniert, findest du unten in der Videobeschreibung. Würde mich freuen, wenn wir dieses Community-Projekt noch weiter nach vorne bringen. Du hast also jetzt meine echten Einnahmen bei jeder dieser fünf Apps gesehen. Es funktioniert. Du findest überall Links und weiterführende Informationen, teilweise wie gesagt mit Startkapital. Wenn du über meine Links gehst unten in der Videobeschreibung, ich kann für alle meine Hand ins Feuer legen. Ich kann alle empfehlen. Und wenn du das Einzelne hier zusammen addierst, dann siehst du, dass es tatsächlich nicht gelogen ist. Kein Klickwert. Ich habe über 24.400 Euro innerhalb der letzten Monate mit diesen Apps generieren können. Und wenn du jetzt loslegen möchtest, dann hast du die Möglichkeit, das natürlich auch zu tun. Probier es ganz einfach aus. Und wenn du sagst, Apps sind nichts für mich, ich möchte vielleicht eine ganz andere Möglichkeit, zum Beispiel mit YouTube nutzen, um Online-Geld zu verdienen und das auch ohne große Reichweite, ohne 500.000 Abonnenten, dann klick mal auf das Video, was ich links verlinkt habe. Denn da verrate ich dir eine sehr, sehr coole Methode, die in Deutschland völlig unbekannt ist. Und deswegen hast du jetzt noch riesiges Potenzial, um hiermit über 2.888 Euro zu verdienen. Wie genau das funktioniert, das erfährst du im Video. Also, wir sehen uns gleich da.